Muss zugeben, ich finde... Ah, ich wollte noch was machen, das machen wir gleich. Ich wollte mir ein weißes Schwert holen, glaube ich. Ein schönes weißes Schwert. Beziehungsweise weiße Farbe vom... Von allem drum und dran. Schon wieder ein Fuchsbau. Was würden wir denn bekommen? Würden wir nochmal Pyxchen machen? Ich bin gespannt. Da bist du. Habt ihr nicht gesehen. Der ist aber fluss unterwegs. Da rechts ist er. Übrigens finde ich die Maske und alles gut. Ah, ich hab gedacht, ich hab die Blume aufgesammelt. Schade. Warte ich aber nicht. Dankeschön, itadきます. Was? Sag man ja nur beim Essen. Was ist das? Talisman der Stille. Also, mich jucken ja solche Talismanne schon. Boah, hier unten haben wir noch was. Hier haben wir noch einen Haiku. Den haben wir noch gar nicht gemacht. Oh, dann können wir die beiden noch abklappern. Aber, als aller allererstes. Neues. Ich hoffe, hier ist so ein Händler. Ich würde gerne ein weißes Schwert oder eine andere Farbe vom Schwert nehmen. Wir können uns ja so viel leisten gerade. Schlecht war es nicht. Und braucht ihr irgendwas, mein Herr? Weiß geht halt gar nicht. Okay, das geht auch noch. Aber ich finde tatsächlich die jetzige Farbe ganz hübsch. Schwertkitz da. Pyrscher. Weil das würde ich gerne sehen. Einen von den beiden. Wobei ich das hier fast schon schöner finde. Tränen des Kaisers. Wir haben genügend davon. Was sind wir hier? Ja gut, ein paar Stürmbänder. Dann würde ich hier vielleicht... Kraft hervorfahren, weiß ich nicht. Bei Gosaku würde ich vielleicht das noch mitnehmen. Gut. Im Farben. Wenn ich die Rüstung wähle. In der Farbe. Ich glaube, hier passt das besser dazu. Weil... Genau. Herrschaft des Sonnenaufgangs nicht so. Genau. Haben wir keine Farbe. Doch, haben wir hier. Oder das passt schon. Und hier die Kit-Optionen. Es gibt... Wir haben schon wirklich schöne Farben, ne? Aber ich muss zugeben... Was ist das ein bisschen... Was ist das denn? Oder das hier? Ich glaube, das hier. Das ist ein bisschen unauffälliger, oder? Ne, durch dieses Mittelteil finde ich das ein bisschen hübscher hier. Genau, und wenn wir mal zum Beispiel Sakai-Rüstung nehmen, dann können wir ja auch hier wieder... Was haben wir denn hier so schönes? Ja gut. Da kann man dieses... Das hier zum Beispiel auch mal nehmen. Das ist auch hübsch. Kann man auch machen. So, das wollte ich nur machen. Haben wir hier vielleicht was Cooles? Oh, das passt ganz gut. Hier haben wir keine. Hier haben wir keine. Hier haben wir keine. Okay. Passt schon. Ich finde... Ja, das passt viel besser dazu. Gut. Genau, wir wollten hier unten zum Haiku und danach darüber. Einfach, wie gesagt, ein bisschen die Karte mal... ...begutachten. Das Schwert passt sehr gut zu dieser Rüstung. Wegen den weißen Akzenten. Akzente. Ungewissheit sinnieren. Inmitten von Tod. Dunkle Erinnerung. Aber entfernt. Ich würde sagen, inmitten von Tod. Aller nie vergessen. Immer zusammenstehen. Ich glaube, das ist so das Motto. Einst schöner Anblick. Das ist nicht passend. Was ist denn der Rest? Ach, da. Erinnerung schwindet. Kein Weg mehr zu sehen. Erinnerung schwindet. Vielleicht auch in den Tod. Inmitten von Tod. Immer zusammenstehen. Erinnerung schwindet. Stirnband der Ungewissheit. Okay. Das eine wird wieder ein Räumscher sein. Das uns zu einem Inneri-Schrein führt. Komm, fährt. Das ist da rechts. Ah, die sind Mongols. Hä? Wo fliehen die? Was sind sie gefunden? Oh, da hinten gibt es nur eine Sache. Das will ich mir gönnen. Da links sind das Strunde? Säule der Ehre. Oh, es gibt nicht. Hashimans Atem. Und dann das fordern wir heraus. Da hat einen Pfeil bekommen. Na dann komm. Lup. Lup. Ah, schön. Jetzt aber. Wir haben sogar Technikpunkt bekommen. Sehr schön. So gehetzt sich das. Okay. Wir können Tadayoris Rostum wieder verbessern. Sehr gut. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Wir haben eine Säule gefunden. Das blieb ja eh schon ewig aus. Nein, kann. Es gibt ja relativ wenige Säulen, habe ich das Gefühl. So in Mengen von. Oder? Oder bin ich doof? Ach, da vorne. Machen wir nicht weit weg von. Ich würde gerne den Talisman bekommen. Keine Ahnung, was das bedeutet für uns. Aber machen wir halt. So, den haben wir auch. Dann können wir auch da rüber. Oder vielleicht langsamer. Nobu. Okay. Wir reiten hier rüber. Ah, wir sind im Mugi. Haben wir auch befreit. Ein Pfeil. Den nehmen wir mit. Und wir müssen rechts lang. Wir gehen rüber. Wir waren erstmal das. Oder? Ah ne, wir müssen sogar so ein bisschen quer. Sehr schön. Da sind wir gleich da. 120. 100. Oh nein. Dann müssen wir das erste Mal schwimmen. Da vorne sind ein paar erledigt. Oh. Ist das ein Schreiben? Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Bekommt mir auch ein Talisman. Genau. Ah. Scharlachfels. Okay. Wir müssen. Ich laufe einmal drum herum. Wir werden schon einen Eingang finden. Ich glaube, das wird die Aufgabe sein, da reinzufinden. Na. So persönlich gedacht. Mhm. Was ist das da vorne? Was will denn der Vogel jetzt? Ist jetzt auch egal. Okay. Okay. Hier ist es kaputt. Das heißt, wir müssen irgendwo hoch. Also ich sehe, dass wir hier klettern mussten. Ganz normal. Warte. Achso. Da hinten ist es schon. Das war wohl der Hinweis mit dem. Du kannst hüpfen, ne? Okay. Also, da lagen ja die Vorräte drauf. Wahrscheinlich war das eher so gedacht. Mhm. Okay. Und hier. Ach da. Hups. Hups. Mhm. Da. Darüber. Hups. Hups. Hup. Hat gepasst. Hier ist noch ein Weg. Hups. Boah, diese Kletterpassagen sind schon gut gemacht. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es. Schön. Der Anfang war nicht so einfach zu finden, aber danach ging es. Hier sind überall noch Pflanzen oben drauf und so weiter. Und der Vogel dreht gerade durch. Der will uns was Wichtiges zeigen. Sehr schön. Talisman von Toyotomi. Okay. Wollen wir gleich mal gucken, was wir da für einen haben. Für den Wartevogel. Nimm dir eine Blumenwirt. Was hast du denn für uns? Na komm, fährt. Ah, ich sehe schon, was du für uns hast. Ach so. Nö, und so. Das sind hier mehrere Sachen. Das sind mehrere Sachen. Ach Mist, da wollte ich einmal den Hundiwurf. Okay, und jetzt. Und jetzt. Jetzt hat es geklappt. Alles auf einmal hat geklappt. Und da ist der Wolfi. Äh, der Wolfi, der. Alles wird wieder gut. Fuchsi. Fuchsien. Endlich. Danke fürs Sakai. Geht. Gebt auf euch Acht. Bitte. Nehmt dieses kleine Geschenk. Super. Dankeschön. Wir haben hier noch irgendwas gefunden. Wir haben noch zwei Sachen gefunden. Da und da. Wir machen erst mal den Fuchsbaum. Ah, da hinten ist ein Lager von denen. Okay. Das wird wohl da hinten sein. Was? Wir haben Ruhe. Das ging schnell. Den Beutel vom Tier würde ich gerne noch haben wollen. Vom Beehren. Sehr schön. Nächster. Uns fehlt nur noch einer dann, ne? Ja. Hi. Na, du liebe dich. Na, du liebe dich. Na, du liebe dich. So süß. No. Tschüss, geht. Ab dir, ihr lieb. Tschüss. Pferd. Pferd kommt von da hinten angerannt. Nehm mich. Hallo? Hi-Kuh. 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 In die Richtung. Okay. 70 Meter. Ah. Ein Haiku. Okay. Sehr schön. Pferd. Wir waren hier ein Haiku. Verschwinde. So, dann ist das nächste dran. Über Beharrlichkeit sinnieren. Ein Spiegel des Is. Die Verbündeten. Laternen des Nachts. Nichts, was darunter lauert. Die Wunden werden tiefer. Rot-Wiedergeburt. Beschützt vor dem Hass. Bewacht von Weisheit. Es steht in Sieg gelehrt. Aber das passt. Laternen des Nachts. Meer aus Rot. Wiedergeburt. Steten Sieg gelehrt. Stürmband der Beharrlichkeit. So, wir haben hier hinten noch einen. Und ich glaube, das wird die Basis sein. Und die Basis machen wir auf jeden Fall. Da bin ich sehr erfreut drüber. Ja. Ungolisches Gebiet. Okay. Nee. Wir könnten ihn abmeucheln. Na, schade. Das hat nicht ganz geklappt. Lag aber auch an dem Weg, ne. Ei, 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 ei. Der greift mich als erstes an. Oh, nice. Oh Gott, hier sind aber viele unterwegs. Hä? Warum konnte ich die, den... Okay, jetzt können wir... Okay, jetzt können wir... Ich kann die rechte Tasse nicht drücken. Jetzt geht's. Okay. Nein. Erstmal. Untertitelung des ZDF, 2020